Ein Beben geht durch die Immobilienwelt und wird den Markt von Grund auf verändern. Wie sich der neueste Beschluss des Bundestags für uns als Immobilienkäufer auswirken wird und warum dies wahrscheinlich vielerorts auch das Ende der Immobilienmakler zumindest in der heutigen Form sein wird, erfährst du in diesem Video. Also, los geht's! Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen und das sind Immobilien. Genauer gesagt, um die nun beschlossenen Änderungen in Sachen Maklerprovision, die wirklich krass sind. Jeder, der sich mal mit dem Thema Immobilien beschäftigt hat und das egal, ob als Kapitalanlage oder zum selber drin wohnen, kennt das. Man ist auf den gängigen Immobilienplattformen unterwegs und findet ein Objekt, was einem sehr gut gefällt und wo auch der Preis im Budget liegt. Dann klickt man drauf, schaut sich die Bilder ganz euphorisch an, sucht nach der Adresse und kommt dann etwas weiter unten heutzutage ganz schnell auf den Bereich Maklerprovision. Dabei bestehen natürlich regionale Unterschiede. In manchen Regionen in Deutschland wird eher ohne Makler verkauft, in anderen wird die Maklerprovision zwischen Verkäufer und Käufer geteilt und wiederum in ganz vielen anderen Regionen, so wie zum Beispiel hier bei uns in Berlin, kommt man eigentlich fast gar nicht mehr als normaler Käufer am Makler vorbei und muss diesen auch noch komplett selber bezahlen. Dabei sind dann durchaus Provisionssätze von 5,95 oder sogar 7,14 Prozent des Kaufpreises völlig normal. Kauft man also beispielsweise eine Immobilie für 300.000 Euro, dann kassiert der Makler für die erfolgreiche Vermittlung nicht selten über 20.000 Euro. Dazu kommt noch als Erschwernis, dass genau diese 20.000 Euro Maklerprovision, ähnlich wie die Grunderwerbssteuer und auch die Notarkosten von Banken sehr ungern mitfinanziert wird und wenn, dann nur zu höheren Konditionen. Und sind wir mal ehrlich, ohnehin sind 20.000 Euro sehr, sehr viel Geld. Natürlich gibt es Bereiche, wo Immobilienmakler auch sinnvoll sind und in verschiedenen Formen richtig gute Arbeit leisten. Das steht außer Frage. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo in manchen Regionen 10, 20, 30 Interessenten nach wenigen Tagen schon zu einer Besichtigung kommen und das aufgrund einer recht einfach gehaltenen Anzeige auf einem Immobilienportal, musste sich halt einfach etwas ändern und die Käufer endlich entlastet werden. Zu den Gefahren, die dabei natürlich auch entstehen können, kommen wir aber gleich noch im Anschluss. Schauen wir uns jetzt erstmal an, was denn überhaupt konkret beschlossen wurde. Der Bundestag hat nämlich Mitte Mai das Gesetz zur Teilung der Maklerprovision auf den Weg gebracht, welches vom Bundesrat voraussichtlich Anfang Juni so beschlossen werden wird und dann in etwa sechs Monate später, also Ende 2020, in Kraft treten kann. Ich erspare dir jetzt mal den bürokratischen Wortlaut dieses Gesetzes und fasse es wie folgt zusammen. Die Provision muss zukünftig vom Verkäufer und vom Käufer zu gleichen Teilen gezahlt werden und darf nicht mehr komplett dem Käufer in Rechnung gestellt werden. Außerdem muss immer erst derjenige, der den Makler beauftragt hat, was wohl oft der Verkäufer sein wird, seinen Teil der Provision bezahlen und darüber auch einen Nachweis liefern, bevor dann der Erwerber seinen Teil bezahlen muss. Diese Regelung ist allerdings beschränkt auf den privaten Erwerb einer Immobilie und gilt nicht beim gewerblichen Grundstückshandel. Da bleibt alles beim Alten. Aber für Familien, Eigennutzer und kleine Kapitalanleger bedeutet dies eine immense Entlastung. Denn nicht nur, dass die Provision in Summe halbiert wird, sondern auch die Tatsache, dass der Verkäufer ja nun ebenfalls bezahlen muss, wird natürlich massiv dazu führen, dass sich sehr viele Verkäufer es zweimal überlegen werden, ob sie überhaupt einen Makler engagieren und dann eben aus eigener Tasche 10, 20 oder 30.000 Euro auf den Tisch legen müssen. Natürlich heißt das auch, dass es weiterhin Immobilienmakler geben wird. Das ist ganz klar. Gerade im gewerblichen Bereich und bei größeren Vorhaben und Spezialobjekten wird das weiterhin der Fall sein. Nun besteht aber dennoch auch eine weitere Gefahr, wie ich davor erwähnt habe, denn es wird vermutet, dass nun ein Teil der Maklerprovision, die jetzt eigentlich der Verkäufer zahlen muss, einfach auf den Kaufpreis obendrauf von vornherein aufgeschlagen wird und somit die Immobilienpreise je nach Region noch weiter steigen können. Das muss natürlich nicht passieren. Hier muss man einfach abwarten, was die Zukunft bringt. Ich persönlich glaube aber eher, dass die Vorteile, beispielsweise was die Finanzierbarkeit bei den Banken angeht und auch die deutliche Ersparnis für den Erwerber beim Eigenkapital einfach überwiegen für uns als Verbraucher und Nutzer. Und ein Umdenken bei den Verkäufern, gerade in sehr gefragten Regionen, auch noch zusätzlich stattfinden wird. Für die Makler sind die kommenden Bestimmungen natürlich nicht gerade positiv und es wird wohl vielerorts dazu führen, dass gerade kleine Maklerbetriebe eher ihre Tätigkeit einstellen müssen, weil in Zukunft die Konkurrenz um den Auftrag des Kunden noch größer zwischen den einzelnen Maklern werden wird. Ähnliches konnte man ja auch schon bei der Einführung des sogenannten Bestellerprinzips bei Mietimmobilien beobachten, wo seitdem die Maklerprovision sogar komplett vom Auftraggeber bezahlt werden muss. Der Markt wird sich also wohl kräftig wandeln. Ihr habt es ja gehört, ich habe von einem Beben gesprochen. Die Makler werden ihr Angebot erweitern müssen und die Kunden und bisherigen Auftraggeber werden wohl verstärkt auf den Einsatz von Maklern für die ganz normale Eigentumswohnung in Citylage oder auch das kleine Haus am Stadtrand zur Eigennutzung verzichten. Schreib du uns doch mal in die Kommentare, was du davon hältst und ob du nun eventuell sogar schon warten würdest mit dem Immobilienerwerb, um dir die Provision später zu sparen. Vielleicht gibt es aber auch Makler, die dieses Video sehen und ein Argument gegen das neue Gesetz haben. Wir sind gespannt auf eure Meinung und freuen uns auf die Diskussion unten in den Kommentaren. Wer außerdem in Zukunft mehr Videos von uns rund um die Themen Steuern, Versicherung und Finanzen sehen möchte, der abonniert am besten unseren Kanal. Wir freuen uns auf das nächste Video mit dir. Dein Finanzner Simon